Überraschende News von Janina Reimann. Die Tochter von Manu und Conny hat bei Instagram ein neues Projekt vorgestellt. Seit vielen Jahren sind die Reimanns nun schon im deutschen Fernsehen zu sehen. Nach Stationen bei RTL und RTL 2 läuft ihre Doku Willkommen bei den Reimanns mittlerweile bei Kabel 1. Erst im November zeigte der Sender eine neue Staffel, weitere sind in Planung. Willkommen bei den Reimanns. Janina kaum noch zu sehen. In den neuen Folgen waren Jason Reimann und seine Kinder zu Gast bei Manu und Conny in Hawaii. Eine Seltenheit, denn die Kinder der Reimanns sind im Gegensatz zu den Anfängen mittlerweile kaum noch in der Sendung zu sehen. Janina Reimann beispielsweise war in den letzten beiden Staffeln, also seit dem Umzug zu Kabel 1, gar nicht mehr zu sehen. Da liegt die Vermutung natürlich nahe, dass sich Janina Reimann womöglich endgültig von dem Format verabschiedet hat und nicht mehr dafür vor der Kamera stehen will. Vor einigen Monaten hatte die Zweifach-Mama bei Instagram aber verraten, dass sie sich durchaus eine eigene TV-Show vorstellen könnte, sich bis jetzt aber noch kein Sender gemeldet habe. Janina Reimann startet neuen Podcast. Dafür hat die Wahl-Amerikanerin andere aufregende Nachrichten für ihre Follower. Innen, sie hat ein neues Projekt. Bei Instagram enthüllte sie kurz vor Weihnachten, dass sie gemeinsam mit einer Freundin einen Podcast gestartet hat. Wir sind live. Zwei Auswanderungen, sieben Jahre Freundschaft und ein Podcast später sind wir ab heute endlich live, verkünden die beiden. Der Podcast trägt den Titel Unter uns Moms. In den ersten Folgen sprechen Janina und Patricia, die in Hawaii lebt, unter anderem über ihre sehr unterschiedlichen Auswanderungsgeschichten. Der neue Podcast kommt bei den Fans gut an. Ihr seid so sympathisch, das macht richtig Spaß und so interessante Menschen und so positiv eingestellt, lauten nur einige der Kommentare unter den ersten Posts. Scheint, als hätte Janina ihr ganz eigenes Projekt abseits der TV-Kameras gefunden.